Der Didgeridoo ist etwas, das für mich sehr kulturell wichtig ist, weil ich Australier bin und historisch gibt es viel Sinn in der Geschichte hinter dem Didgeridoo. Ein Freund von meinem Vater, der hat auch Didgeridoo gespielt. Ich war klein und dann hat man sich mal ans Didgeridoo rangehangen und geübt. Und ja, macht halt Spaß. Für mich, zu kommen wie Deutschland, zu einer großen Stadt wie Berlin, und zu sehen, dass die Leute die Didgeridoo spielen, ist absolut interessant. Es ist spannend. Der eine braucht weniger, der andere braucht ein bisschen länger. Zwei bis acht Jahre braucht man bestimmt, um richtig vernünftig zu spielen. Auch mit Takt und allem drum und dran. Der Rolle der Kultur und der kulturellen Diplomaten ist enorm wichtig. Denn die Kultur bringt Menschen zusammen und hilft, dass die gesamte Integration funktioniert. Man kann schon gut verdienen, ja. Man muss halt wissen, wie. Man muss sich was kaufen halt. Man kann sich nicht einfach hinsetzen und irgendwas spielen. Man muss schon richtig was machen dafür. Kulturen gibt Menschen die Möglichkeit, neue Dinge zu lernen, die sie nicht unbedingt an den anderen Teilen verhindern würden. In diesem Sinne glaube ich, dass die Kultur sehr wichtig ist. Und die Kultur hat natürlich auch die Möglichkeit, die Menschen zu unternommen. Die Menschen auch. Deswegen, also da hat man schon bessere Chancen auf jeden Fall.